Der Für-Immer-Mann von Susan Mallory. Es liest Milena Karas. Bring ihn Leben zurück, okay? sagte Sheriff Travis Haynes und nickte dabei dem schmal gebauten Private zu, der neben dem provisorischen Podium wartete. Klar bringe ich ihn Leben zurück, erwiderte DJ Monroe und nahm sich eins der Gewehre, die auf dem Tisch lagen. Aber in welchem Zustand, kann keiner wissen. Der schmalschultrige Private wurde blass, während die anderen Männer leise lachten und DJ ihm die Waffe zuwarf. Sie schnappte sich ein weiteres Gewehr für sich selbst und machte sich ohne einen weiteren Kommentar auf den Weg. Sie wusste, dass der junge Mann, der in den nächsten 14 Stunden ihr Partner war, schnell merken würde, dass er aufpassen musste, um mit ihr mithalten zu können. Und tatsächlich hörte sie nach etwa 30 Sekunden seine schnellen Schritte auf dem feuchten Boden. Wie heißt du? fragte sie, nachdem er sie eingeholt hatte. Private Ronnie West, ma'am. Kurz musterte sie ihn. Er war groß, mit ungefähr 1,90 um einiges größer als sie mit ihren 1,75, dünn und hatte kaum Bartwuchs. Sein Haarschopf war leuchtend rot. Ist es in Ordnung für dich, mit einer Frau in einem Team zu sein? Auf jeden Fall, ma'am. Er riss seine blassblauen Augen weit auf, während er sie anschaute. Ich fühle mich geehrt. Mein Sergeant meinte, dass sie zu den Besten gehören und dass ich verdammt froh sein könnte, dass ich ihnen bei der Arbeit zusehen darf. Sie blieb stehen und drehte sich zu ihm um. Die jährlichen Planspiele, ein Wettkampf zwischen der Polizei, der Feuerwehr und den Rettungssanitätern von Glenwood, Kalifornien und dem ansässigen Militärstützpunkt, boten allen Betroffenen eine Gelegenheit zu üben, zu lernen und Spaß zu haben. Am Morgen hatten Hindernisläufe, Scharfschießen und taktische Planung auf dem Programm gestanden. Das alles hatte DJ nicht interessiert. Aber sie freute sich auf die Phase der Spiele, bei der es um Aufspüren und Gefangennahme ging. Bis zum nächsten Morgen, 6 Uhr, sollten sie und ihr Partner bis zu fünf feindliche Gefangene herschaffen. Das waren noch ungefähr 14 Stunden. In den beiden letzten Jahren hatte sie diesen Teil gewonnen und sie war stolz darauf. Ronny, lass uns ein paar Grundregeln festlegen, meinte sie. Bei dieser Mission habe ich das Sagen. Du bist hier, um was zu lernen und um Befehle auszuführen. Wenn du mir in die Quere kommst, schneide ich dir ein Ohr ab. Oder was anderes, was noch mehr wehtut. Verstanden? Er schluckte und nickte dann. Sie verschwand in dem Zelt, das ihrem Team als Hauptquartier diente, um ihren Rucksack zu holen. Ronny hatte seine Ausrüstung bereits bei sich. Als sie wieder in den diesigen Nachmittag hinaustrat, zog sie ein Messer aus dem Rucksack und steckte es sich in den Stiefel. Überprüf deine Schusswaffen, befahl sie. Ronny zog die Augenbrauen hoch. Sie sind nicht geladen. Überprüf sie trotzdem. Immer überprüfen. Ja, Ma'am. Er gehorchte und vergewisserte sich, dass sowohl seine Handfeuerwaffe als auch sein Gewehr nicht geladen waren. Nachdem er fertig war, zog sie sich das Cap tiefer ins Gesicht und fragte sich, warum die Sonne eigentlich nicht schien. Es war immerhin Juli. Konnte es da nicht ein bisschen wärmer sein? Das nordkalifornische Wetter spielt ziemlich oft nicht mit, dachte sie, während sie in Richtung Wald aufbrachen. Zwei Stunden später befanden sie sich tief in feindlichem Gebiet. Um zu verhindern, dass Ronny ihre Position verriet, verlangsamte sie das Tempo. Inzwischen war ihr T-Shirt feucht und klebte auf ihrer Haut, was sie überhaupt nicht mochte. Von ihrem Hut tropfte Wasser. Das hier war einer dieser Tage, die man am besten mit einem guten Buch auf dem Sofa verbrachte und nicht damit in abgelegenen Wäldern nach irgendwelchen Angebern zu suchen, die immer alles besser wussten. Trotzdem. Die Planspiele halfen ihr dabei, hart zu bleiben. Denn in ihrem Leben ging es einzig darum, stärker zu sein als andere. Sie spürte die Bewegung weiter oben mehr, als dass sie sie hörte. Sie blieb stehen. Ronny ebenfalls. Nachdem sie ihm leise ihren Rucksack gereicht und ihm befohlen hatte zu warten, schlich sie um eine Baumgruppe herum, sodass sie auf der anderen Seite wieder auftauchte. Auf einem Baumstamm saß ein Mann und studierte eine Landkarte. Sie erkannte ihn als einen der Rettungssanitäter von Fern Hill. Er war Mitte 30, ganz gut in Form, allerdings keine große Herausforderung. Doch sie musste nehmen, was sie kriegen konnte. Sie trat absichtlich auf einen heruntergefallenen Ast, sodass er durchbrach und zog sich blitzschnell in den Schatten eines dicken Baumes zurück. Der Mann sprang auf und drehte sich in die Richtung um, aus der das Geräusch gekommen war. Sein Rucksack lag auf dem Boden, genau wie sein Gewehr. Allerdings trug er seine Handfeuerwaffe, doch sie bezweifelte, dass er damit umzugehen wusste. Während der Mann auf die Stelle zuschritt, an der sie auf den Ast getreten war, umkreiste sie ihn und näherte sich ihm dann von hinten. Als sie keine 30 Zentimeter mehr von ihm entfernt war, packte sie seinen Arm, drehte ihn herum und ließ ihr Bein nach vorne schnellen, um ihn zu Boden zu bringen. Im nächsten Moment war sie auf ihm, warf seine Waffe ins Dickicht, drehte ihn um und band ihm die Hände auf dem Rücken zusammen. Du kannst jetzt rauskommen, rief sie. Ronnie erschien mit ihrem Rucksack in der Hand. Mit offenem Mund starrte er auf den gefesselten Mann. Das war großartig, sagte er. Total schnell und geschmeidig. Der Rettungssanitäter sah alles andere als erfreut aus. Und jetzt? fragte er. DJ lächelte. Jetzt entspannst du dich, während wir weiter nach Beute suchen. Ich werde Ronnys Zeit nicht damit verschwenden, mit nur einem Kerl zurück zum Hauptquartier zu ziehen. Vergiss es! Ihr könnt mich nicht einfach hier liegen lassen! Es regnet! Der Boden ist nass! DJ zuckte mit den Schultern. Wir sind im Krieg. Als sie gut 500 Meter entfernt waren, schrie er immer noch. Am liebsten hätte sie ihm den Mund zugeklebt, doch das hätte gegen die Spielregeln verstoßen. Eine Stunde später trafen sie auf drei Männer, die rauchend beisammen standen. Sie redeten und lachten und machten sich offenbar keine Sorgen darüber, dass irgendwer sie gefangen nehmen könnte. DJ analysierte die Situation, ehe sie Ronnie ein Stück weiter wegzog, um sich mit ihm zu besprechen. Wenn du gewinnen willst, musst du alles riskieren, flüsterte sie und setzte ihren Rucksack ab. Den Feind fangen, während er Schutz und arglos ist. Ich werde warten, während du dich positionierst. Geh nach Osten und lauf in einem Kreis um sie herum. Wenn ich auf die Lichtung trete, wirst du dich direkt vor mir und hinter ihnen befinden. Wenn sie abgelenkt sind, näherst du dich ihnen von hinten. Ronnie nickte, doch sie sah den Zweifel in seinen Augen. Er wollte wissen, wie sie es schaffen wollte, drei Männer gleichzeitig abzulenken. Sie lächelte. Es war so einfach. Rasch zog sie ihr langärmliges Shirt aus. Darunter trug sie ein olivfarbenes Top, allerdings keinen BH. Ronnie starrte sie überrascht an und errötete, als sie seinen Blick mit einem Stirnrunzeln quittierte. Er trat einen Schritt zurück und stammelte eine Entschuldigung. Während er sich noch fragte, ob sie ihm jetzt ein Ohr abschneiden würde oder etwas anderes, schob sie das Top bis knapp unter ihre Brüste hoch, zwirbelte den Stoff zu einem Knoten zusammen und klappte ihn nach innen. Der Stoff lag nun eng an ihren Brüsten an und ihre Taille war entblößt. Als nächstes lockerte sie die Kordel in dem Taillentunnelzug ihrer Hose und rollte diesen bis zu den Hüftknochen runter. Die Handfeuerwaffe steckte sie sich hinten in die Hose. Zum Schluss warf sie das Cap auf den Boden und löste ihren Zopf. Danach beugte sie sich nach vorne und verwuschelte ihre gewählten Haare, sodass ihre Frisur sexy wirkte. Sie richtete sich auf und warf den Kopf in den Nacken. Nimm deine Position ein. Ich gebe dir zwei Minuten Vorsprung. Sie wartete die versprochene Zeit ab und lief dann auf die Männergruppe zu. Die drei standen immer noch herum, redeten und rauchten. Sie drückte die Brust nach vorne, schlenderte auf sie zu und versuchte zugleich entspannt und verloren zu wirken. Ich habe total die Orientierung verloren, sagte sie leise. Könnte mir einer der Herren vielleicht helfen? Sie waren alle beim Militär. Offiziere und erfahrene Berufssoldaten, die auf alles vorbereitet waren, doch nicht auf eine spärlich bekleidete Frau mitten im Wald. Der Älteste von ihnen trat auf sie zu. Was ist denn das Problem, Ma'am? Sind das Idioten, dachte sie zufrieden. Ihre Gewehre lehnten an einem Baum. Nur noch einen weiteren Schritt und die Waffen wären außer Reichweite. DJ ließ verführerisch eine Locke zwischen ihren Fingern hin- und hergleiten. Das ist so untypisch für mich, meinte sie. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich weiß nicht mal mehr, zu welchem Team ich gehöre. Ich habe mich nur für die Spiele angemeldet, weil mein Freund mich darum gebeten hat. Und dann hat der Mistkerl mich vor drei Tagen verlassen. Sie blinzelte, als müsste sie Tränen zurückhalten. Mir ist kalt. Ich bin müde und habe keine Ahnung, wo ich bin. Die Männer näherten sich ihr. Keine Bewegung! Hände hoch! Das musste sie Ronnie lassen. Seine Stimme klang überraschend kräftig, als er die Befehle gab. Die Männer drehten sich zu ihm um. Nachdem sie wieder sie anschauten, hielt sie ihre Handfeuerwaffe auf sie gerichtet. Zwei der Offiziere fluchten, einer lachte. Klasse Show, sagte er. Vielen Dank. Innerhalb weniger Minuten waren alle drei gefesselt. Man durfte maximal fünf Gegner fangen. Lieferte man vor Mitternacht bis zu vier Gefangene ab, gab es einen Bonus. Je eher man die Feinde ins Camp zurückbrachte, desto größer der Bonus. DJ hatte erwartet, dass sie und Ronnie mindestens bis neun oder zehn Uhr brauchen würden, ehe sie vier zusammen hatten. Doch sie hatten Glück gehabt. Nachdem die Männer gefesselt waren, rollte sie ihren Hosenbund wieder hoch und löste den Knoten in ihrem Top. So wie sie ihre Ausrüstung eingesammelt hatte, streifte sie sich ihr Hemd über. Weißt du noch, wo der Typ vom Rettungsdienst ist? fragte sie Ronnie. Ja, Ma'am. In Ordnung. Nimm die drei hier mit und sammle ihn unterwegs ein. Nachdem du sie im Hauptquartier abgeliefert hast, überzeugst du dich davon, dass sie uns unsere Bonuspunkte geben und anschließend treffen wir uns wieder hier. Ich werde mich nicht weiter als 600 Meter von hier entfernen. DJ beobachtete Ronnie dabei, wie er die Gefangenen abführte. Die Offiziere waren nur locker aneinander gefesselt. Die Spielregeln schrieben vor, dass sie auf dem Rückweg kooperieren mussten. Bis zu ihrer Festsetzung durften sie alles Mögliche anstellen, um zu entkommen, doch eben nur bis zum ersten Schritt zurück zum Camp. Nachdem sie allein war, setzte DJ sich auf einen gefällten Baumstamm und zog ihren Rucksack zu sich heran. Der Nebel lichtete sich allmählich. Endlich. Aber die Sonne würde bald untergehen. Es würde also heute nicht mehr wärmer werden. Sie überlegte kurz, ob sie ein Feuer anzünden sollte, doch das würde ihre Position verraten. Und das ging auf gar keinen Fall. Wenn ihr niemand so nahe kam, konnte sie genau hier auf Ronnie warten. Aber falls sie sich verstecken musste, hatte er nicht allzu gute Chancen, sie zu finden. Für den Weg zum Camp und zurück brauchte er ungefähr zwei Stunden, wenn es ihm gelang, auf dem Rückweg einen der Jeeps anzuhalten, die um den Wald herum fuhren. Sollte er es in der von ihr vorgesehenen Zeit nicht schaffen, würde sie allein losziehen, um einen weiteren Gefangenen zu machen und bis Mitternacht ins Camp zurückkehren. Als die ersten 45 Minuten verstrichen waren, hörte DJ etwas. Keine Schritte oder Bewegungen im Unterholz. Sie konnte das Geräusch nicht richtig einordnen, aber es bewirkte, dass sich die Herrchen auf ihren Armen aufstellten und ihre Sinne sich schärften. Da draußen war jemand. Geräuschlos glitt sie vom Baumstamm in den schattigen Schutz eines Baumes. Nachdem sie ihren Rucksack unter ein paar Blättern versteckt hatte, vergewisserte sie sich, dass sie ihre Waffe bei sich hatte, ehe sie sich daran machte, herauszufinden, mit wem sie es zu tun hatte. Sie lief zuerst nach Osten und dann nach Süden, damit sie hinter ihm herauskam. Dabei verließ sie sich voll und ganz auf ihren Instinkt. Obwohl sie immer noch nichts Eindeutiges hörte, wusste sie, dass da jemand war. Sie konnte weder verbogene Zweige entdecken, die ihr eine Richtung wiesen, noch Fußspuren oder aufgeschreckte Vögel oder Eichhörnchen. Ein paar Mal war sie fast sicher, dass sie sich dieses Beinahgeräusch nur eingebildet hatte und begann zu ihrem Rucksack zurückzulaufen. Dann aber durchfuhr sie ein Schauer, als hätte jemand mit den Fingernägeln über eine Tafel gekratzt und sie war sich sicher, dass da draußen noch jemand war. Sie brauchte 30 Minuten für die Umrundung. Als sie nicht mehr weit von ihrem Ausgangspunkt entfernt ankam, musste sie angewidert feststellen, dass ihr Gegner gerade dabei war, ihren Rucksack aus dem Versteck zu zerren. Er war direkt darauf zumarschiert, als hätte er von Anfang an gewusst, dass er dort lag. Wie hatte er das gemacht? DJ verwarf die Frage. Als sie sich davon überzeugt hatte, dass der Mann ein violettes Armband trug und kein orangefarbenes Visier, erkannte sie, dass er freiwillig war. Während er sich über ihre Sachen beugte und offensichtlich abgelenkt war, näherte sie sich für den Angriff. Sie war keine 30 Zentimeter mehr von ihm entfernt, als sie ihm den Lauf des Gewehrs in den Rücken drückte. Peng, sie sind tot, flüsterte sie. Jetzt ganz langsam aufstehen. Der Mann kann. Vielen Dank.